Frohe Weihnachten! Merry Christmas! Joye Noel! Merry Curie Semasse! Ich weiß, ich hab mich barmiert. Ich wollte es trotzdem loswerden. Ein fluschiges Hallösschen, Leute! Ich bin's, euer Flushy Zockt! Und herzlich willkommen zu meinem brandneuen Part von Mario Kart 8. Online! So, Leute! Okay, vergiss diesen Fehlstart! Darüber muss man jetzt nicht sprechen! Auf jeden Fall möchte ich hier mit einer vollen Gruppe durchstarten. Ist ja perfekt zum Aufnehmen, ne? Immer wieder. So! Ja, Leute! Ihr wird den Part am 24. sehen. Also ich nehm den Part gerade am 23. auf. Ähm, ja, ist schon mal Vorrat. So! Und wie man gut sehen kann, bin ich mit einem, also bin ich mit einem Fichtenbock unterwegs, mit dem ich früher immer gefahren bin. Also, ja, die, die ich früher immer gefeiert hab, hab. Also, vielleicht erinnern sich einige von euch noch. Also, an meine älteren Abonnenten und so. Ich feiere die heute noch, also ich feiere die jetzt noch, muss man sagen. Also, ich könnte ja ab und zu wieder nehmen. Ich werd grad gerufen! Was ist? Jetzt nicht! Boah, Leute! Ich wurde grad gerufen, weil meine Pizza angeblich, oder ja, fertig ist, verdammt. Also, aus dem Backofen. Warte! Ja, das ist ätzend, Leute, dass es mittendrin im Part passieren muss, ey. Äh, egal. Egal, Leute, das ist, das ist nix, das ist nix Neues, wirklich. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin grad, ja, ich versuch grad wirklich paar Mal diese Aufnahme zu machen. Ähm, ja, leider bin ich paar Mal gescheitert, gescheitert, äh, ja, kann man sich, also, muss man nicht wissen, warum, ey, das ist, passiert mir immer wieder, ey, dass ich immer wieder neu starten muss, die Aufnahme. Nur wegen des Kommentieren, weil das Kacke sich anhört und so, manchmal. Ah, ich, boah, das ist immer das Unnötigste, was, was passieren kann, ne? Du kriegst ne scheiß rote ab und so, wenn du den Blitz abbekommst, echt, das ist doch scheiße. Ah, ich krieg nur einen Pilz, ey, was ist das denn? Okay, okay, alles klar, Leute, dritter, der erste Platz, äh, also, was laber ich da? War der erste Platz, jawohl, ja, moin. Ähm, ja, der eine Pilz hat sich wohl gelohnt, so muss das sein. Gut, dann, bis gleich. Oh, das war knapp, 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 das war knapp. Ey, lol, der hat sich selber attackiert, alles klar, läuft bei dem, läuft. Ja, ich muss gar, ich, ich muss ja grad da eine Aufnahme machen, mach ich. Mach ich noch, ich muss noch hier die Aufnahmezeile machen, verdammt. Es sind nur drei Rennen noch. Fick mich doch kaputt, ja. Oh, mein Gott, das war so gay gemacht, alter, das war gay gemacht, das war gay gemacht, das war richtig gay, richtig gay war das, war richtig... Diese Fotze, alles klar, ey, Fotze. Warte! Nee, jetzt nicht! Ich muss grad aufnehmen! Warte! Jetzt gleich! Ich muss Hände machen, Leute, weil ich grad meine Pizza rieche, also die ist schon aus dem Backofen raus und, äh, ja, die wird langsam kalt, darum, ja, wird es so aussehen, Leute, dass ich, glaub ich, nur zwei oder drei Rennen noch machen werd. Meine Mutter wird schon, äh, ein bisschen stinkig, merk ich, ah, das war scheiße, das ist, kacke war das, ey. Ähm, ja, ich freu mich auf die Pizza, auf jeden Fall. So. Okay, wen kann wir jetzt hier, ah, scheiß, lol, ich hab den Yoshi getroffen, was für ein Zufall. Ah, kacke. So. Ah, der vordere Mann von mir, ey, der ist ja echt nicht schlecht, Mann. Mit Morten, ey, ist klar, war ja klar gewesen. Ah, das könnte besser gehen, das könnte besser gehen, ich war ein bisschen schon auf der Wiese, ey, das war kacke, ey. Ja, da gibt's halt so einen Jump, also wie man richtig, äh, ja, auf die Plattform gerade, also, ja, keine Ahnung, was das sein soll, aber auf jeden Fall gibt's da echt so einen Big Jump oder ich hab keine Ahnung, wie man das nennt. Also, dass man halt auch nach vorne so katapultiert wird oder so, wie das aus. Aber der vordere Mann hat das anscheinend drauf. Mein Gott, ich hab echt nichts drauf hier. Wie gar nicht. Lass mich bitte groß werden, weil ich merke schon, dass der, ah, dass da jemand groß ist, verdammt. Nee, boah, das, 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 das kann man, Leute, das muss man sich nicht abgucken. Das ist auch so schlecht gemacht. Okay, okay. Damit kann ich was anfangen. WTF, alter. Ey. Ey, die kriegt selber einen Stern, was für eine Scheiße. Lol, der ist gerade runtergefallen, der Morten. Haha. Weil er, ich glaub, er hatte Angst gehabt, ey, wegen der, äh, goldene Peach, äh, die, äh, die, äh. Ja, die Peach oder wie auch immer. Keine Ahnung, egal. Hehe, okay. So, Leute. Die Partystraße. Eine, äh, ja, ich sag mal, ich, ich, äh, ich feier die Map nicht, also ist nicht meine. Ganz ehrlich. So, dann hauen wir hier mal rein. Zack. Eine Münze, alles klar. Boah, das war schon gut genutzt. Ja, äh, wie ich gerade so, ich war so nah am Rand gewesen. So, äh, 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 nein, ich falle runter. Ey, das, das hat mir schon noch so an, war mir schon klar gewesen, irgendwie. Ja, alles klar, alles klar. Ich seh schon, ihr seid Haters, ne? Ihr mögt keine Yoshis, ne? Ihr mögt keine Yoshis, ist klar. Obwohl da auch ein paar Yoshis unterwegs sind. Ich bin jetzt nicht der Einzige. Aber ich find das echt traurig, dass da wirklich, äh, aktuell nur, ja. Also ich seh wirklich sehr wenige mit Yoshi fahren und find ich echt traurig. Mein Gott, ich fahre wie der letzte Rotz. Ja, alles klar. Der hat mal drei Rote, ey. Schau mal ab. Aber das ist, das lohnt sich gar nicht, weil ich die wahrscheinlich abbekommen werde, die scheißrote, oder? Oder auch nicht, nein. Ach, du scheiße. Okay, okay, ich dachte mir, ich falle jetzt da Glück gehabt. Nein, nein, ey, was für ne scheiße. Genau, ihr mag, ach komm, ihr seid doch solche Frotzen, ja echt. Ey, alles so ne Kacke, ja echt. Ne, Leute. Es ist echt, ne, kein, es ist echt nicht meine Strecke hier, wirklich nicht, Leute. Die kann man echt, das ist keine Profi, keine Poststrecke oder sowas, echt. Kann man nicht sagen, das ist ne scheiß Strecke sowas, echt. Ja, ne, Leute, da versteh ich, ne, nein. Ne, das lass ich lieber unkommentiert stehen. Bis gleich. Okay, Leute, dann machen wir mal diese Strecke als letzte Strecke. Okay. Ich werde jetzt mal ganz hinten bleiben, weil, ja genau, er macht das gerade selber. Alles klar, ich bin nicht der Einzige. Was für ne scheiße ist das denn echt. Leute, was ist hier los? Alles klar, die kennen das selber, ey, verdammt. Man kann hier echt viel cutten, darum. Man kriegt ja am Ende, also man kriegt da hinten immer die geilsten Geschenke und so. Dann kann man hier schön cutten. Ja, scheiß auf, ich mach das jetzt. Ach, geil. Ja, aua, 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 aua. Okay. Ich krieg einen Pilz, alles klar, auf dem Elften. Oh, boah, ich fahr auch drauf wie der letzte Noob. So, ich werde mal die Pilze jetzt aufbewahren. So scheiße gemacht, Alter, so richtig scheiße gemacht, aber scheiß drauf. Ich riskiere jetzt einfach, ganz ehrlich. Oh, Mann. Ich krieg keinen, ich krieg einen Pilz, alles klar. Danke. Oh, scheiße, da attackiert jemand, scheiße. Ich nehm die Abkürzung jetzt. Es wird spannend. Ach, mach hier keinen Mist, ja, fuck. Ah, ich krieg einen Panzer und er hat da, er behält den ganzen, die ganze Zeit einen, äh, Pilz, ey, ist klar, ey. Nein, nein, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Alter, das ist so, das ist echt nicht wahr, meine Fresse. Okay, Leute, das ist normal in Mario Kart, ja, da kann, kann in jedem Moment vor dem Ziel echt jemand angeschossen kommen und so. Man muss echt mit vielen rechnen. Okay, Leute, dann muss ich jetzt ein paar beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und haut rein.